Was ist ein Businessplan? Ein Businessplan zeigt konkret auf, wie man ein neues Geschäftsmodell zum Leben erwecken möchte. Er enthält also sehr viele Details über verschiedenste Aspekte des geplanten Geschäfts und des weiteren Vorgehens. Es gibt zahlreiche Vorlagen und Beispiele von Businessplänen. Wesentliche Bestandteile, die in den meisten Fällen enthalten sind, sind eine vertiefte Analyse der Kundinnen- und Kundenbedürfnisse mit entsprechender Kundensegmentierung, eine Marktanalyse, die zeigt, wie groß der Markt ist, in dem man tätig sein will, eine Wettbewerbsanalyse, die die Konkurrenz aufzeigt und das eigene Angebot, die Value Proposition, davon abgrenzt und ein konkreter Marketingplan. Weitere Elemente sind beispielsweise Forschungsaktivitäten oder klinische Tests, die noch erledigt werden müssen, vor allem bei Start-ups im Medizinbereich, der schutzgeistigen Eigentums, das Thema Softwareentwicklung und Akquise von Lizenzen, vor allem im digitalen Bereich, der Bereich Team im Sinne von Mitgründerinnen und Mitgründern oder Mitarbeitenden, sowie die Themen Finanzierung und Zeitplan inklusive Meilensteine. Auch mögliche Risiken und relevante Annahmen sollten idealerweise offengelegt werden. Ein Businessplan kann typischerweise bis zu 30 Seiten umfassen. Ein Businessplan ist also im Idealfall sehr reichhaltig und interessant. Dennoch stellt sich eine zentrale Frage. Muss man wirklich einen erstellen? Es gibt Argumente dafür und dagegen. Dafür spricht zum Beispiel, dass der Entstellungsprozess selbst wichtige Einsichten liefern kann, da man dabei alle relevanten Aspekte der Unternehmensgründung identifiziert und im Detail diskutiert. So können Stärken und Chancen, aber auch potenzielle Schwachstellen erkannt werden. Außerdem ist ein Businessplan sehr wichtig, um zum Beispiel mit potenziellen Investorinnen und Investoren oder Kundinnen und Kunden zu kommunizieren. Dagegen spricht beispielsweise, dass es sehr aufwendig ist. Man muss sehr viele Informationen sammeln, mit sehr vielen Leuten sprechen und ein sehr umfangreiches Dokument erstellen. Dieser Prozess kann Monate dauern und sehr viel Energie und auch Geld kosten, zum Beispiel für die Beschaffung von Informationen. Man könnte also durchaus auf den Gedanken kommen zu sagen, wir verzichten auf diese aufwendige Arbeit und probieren unsere grundsätzliche Idee stattdessen einfach einmal aus und schauen, was passiert. Die Frage Businessplan, ja oder nein, und wenn ja, wie, ist daher seit langem ein sehr zentrales Thema in Forschung und Praxis.